So, 3, 2, 1. Willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Das müsste Folge 36 sein. Sie sind eine Illusion. Sie sind gerade in fronte von dir. Sarah Hawkins hat dich als du wirklich bist. Diese Schilderung ist die Begründe. Das ist verrückt. Es ist nicht nur deine Leben, die sich aufstehen. Viele Menschen und Frauen haben sich für diesen Moment gegründet. Call them. Du wirst sie nicht von der Hoffnung, von einer besseren Leben. Ich habe gesehen, was Leviathan getan hat. Wir werden alle sterben wie ihn. His life was written well before it started. It was not predetermined that he lived to see the call. But you? Yes. It is your destiny. Ersparen Sie mir Ihren Amnerst. I believe no more in destiny than I do in vampires, gods and their female. Well, prophets. Well done. Well done. Gut gemacht. Again, this denial. It doesn't matter anymore. The future is now but an image that Sarah Hawkins has painted for you. Why don't you go and join her, you who believe in nothing? And then you'll see. Idiot. You'll see that there are truths so powerful, so overwhelming, that even a mind as narrow as yours cannot withstand them. And what is your truth, Colgate? What is your role in this story? I must take you to Sarah Hawkins, our Oracle. Sarah Hawkins, I feel her calling me. Why does not wait any longer? Not yet. You have one last thing to accomplish. You have one last thing to accomplish. I can't come. Do you understand what it is? She has already fulfilled her mission. Don't worry about your own. Do I have to kill her? No one can fight their fate. Neither them, nor you. Oha. Okay, I'm going to turn around. Or, Pierce, turn around. Der war im Sinn. Auf gehen sie weg. Aufhören. 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 Den wird sich nicht anfassen. Mädel. Resist, Edward. They're already dead. There's nothing you can do. Just give in. So. Wer wird sterben? Das kann eigentlich alles kein gutes Ende nehmen. What happened to me? Sarah. What happened to me? Sarah. I must call her Sarah. Sarah. I must call her Sarah. She is the Oracle. She will know what to do. She will know what to do. Okay. Okay. Scheiße. Okay. Hier geht es runter. Ging es da hinten irgendwie lang? Nein. Nein. Oh Gott, wieso rumpelt der so griechen kann er? Lampe, Feuerzeug hat er nicht mehr dabei. Ach, der Seite lehnen geht noch. Mh, schön hell. Irgendwie übertrieben hell von so einer kleinen Kerze. So, Leiter. Sonst noch was hier. Sieht nicht so aus. Dann mach runter. Wasser. Okay, hier hinten wird es weiter gehen. Schauen wir uns erstmal den Steg an. Also nichts. An meine Skillpunkte komme ich immer noch nicht dran. Ich gehe davon aus, dass das Spiel eigentlich schon zu Ende ist. Kapitel 14. War nicht Kapitel 14 die Höhle? Na gut. Kapitel 14. Alabaster Spitze. Ach, die Spitze ist auch in der Höhle. Nach einer letzten Konfrontation begibt sich Pierce zur Alabaster Spitze. wo Sarah Hawking auf ihn warten sollte. Doch er muss... Äh, dort muss er eine Entscheidung fällen, die das Schicksal der Welt verändern könnte. Hm. So, so. Kommen wir jetzt nicht in die Skillpunkte? Nein. Langsam kriegt man so ein richtig bedrückendes Gefühl hier im Spiel. Oha. Oder es ist außerhalb. Es ist im Freien. Reality, as you know, it stops here. None of this makes sense. Go. She is waiting. Sie wartet. Scheiße. Oh, weiter Weg. Ein weiter Weg. Was haben sie mir angetan? Oh, unsere Kraft ist zu Ende. Oh. Hi. Dr. Fuller. Du bist in front of my eyes. Don't jump to conclusions. Is there not the tiniest spark of a scientific mind inside of that detective skull of yours? What abject substance did you use to turn her into an empty shell? Abject substance. The serum extracted from Leviathan's oil bestows the power of life. To me, my body is nothing but the mortal vessel of my conscience. To you, it contains more answers and secrets than you in significant mind can grasp. Okay, kriegen wir noch ein paar Illusionen auf unserem Weg. Wobei Illusionen sind es nicht. Man ist einfach nur unser Verstand. Wir drehen durch. And doch sind sie hier. Es gibt niemanden. Das sind nicht sie. Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Ah, Detective. So easy to fool you. So eager to rush to the rescue of a woman in distress. Ja. Ich bin ein Gentleman. Wenn ich keine Wahl treffen möchte... Scheiß Dreck. Okay. Weiter geht's. Ähm... Wer ist das denn? Das ist nochmal Dr. Fuller. Nein. Wer soll das sein? Hallo? Ach, das ist... Das ist hier der... Charles, genau. Oh! Oh, du bist ein Schicksal. Du hast erst dein Recht auf ein normales Leben gegeben. Der Moment, wenn du das Leben verbringst. Oh! Oh, 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 oh! Er hat sich verwandelt... Er hat sich verwandelt... Ähm... Verwandelt Hilfe. Mein Leben, ich schlafe, meine Ehe, meine Familie, mein eigenes Fleisch. Oha. Ähm, hier ist es dunkel, da laufe ich mal auf ihn zu. Hallo. Ne, das bin ja jetzt ich wieder. Aber das weißt du bereits. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. You've decided to shut your eyes. Find refuge in denial like a spooked child. You've lost your mind. And to think mankind's future is on your shoulders. None of this is real. Trust your guts. Ich glaube, mein Geist funktioniert auch nicht richtig. Ich glaube dir genauso wenig wie allen anderen Verrückten. Ähm, so. So, hier, hier hatten wir Charles getroffen gerade. Der stand hier. Und wenn jetzt die Augen aufgehen würden, boah. Meine Fresse. Es gibt nur eine Richtung hochwärts. Ich bin fast da, na toll. Meine Fresse. Oh. Wie gesagt, der Stein sieht wichtig aus. Ist ja aber nicht. Oh Gott, dort warten die ganzen Verrückten. Wie verrückt muss ich sein, um da hinzugehen. Spiel gespeichert. Ich muss mich noch mal den Himmel anschauen. Krass. Ich sehe durch die Atmosphäre. Das ist Weltall. Oh oh. Oh oh oh. Jetzt läuft der von allein. Oh nein, oh nein. Ich glaube, ich mache mal hier eine Pause. Sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bye bye.